Wir sind für Sie in ganz OWL und dem Münsterland unterwegs. Grumbach in Hasewinkel ist ein Entsorgungsfachbetrieb der besonderen Art. Gegründet 1969 können wir auf das Know-how von 40 Jahren zurückgreifen. Ein Familienunternehmen in der dritten Generation mit all seinen Stärken und Vorteilen. Unsere zentrale Firmenstruktur erlaubt eine direkte Kommunikation aller Fachleute. So setzen wir notwendige Entscheidungen schnell um. Daraus resultiert eine enorme Flexibilität, die von unseren Kunden gleichermaßen geschätzt und gefordert wird. Wir alle engagieren uns intensiv für optimierte und innovative Lösungen im Bereich des Recyclings. Ein wichtiger Bestandteil unseres Fachbetriebes ist die umfangreiche Datenverarbeitung, die alle komplexen Verwertungs- und kaufmännischen Abläufe in unserem Hause vernetzt. Jederzeit können alle Daten abgerufen und Dokumentationen erstellt werden. Wir beantworten umgehend Anfragen. Unsere Kunden haben kompetente Ansprechpartner. Firmenzentrale, Fahrer- und Recyclingfachkräfte stehen im direkten Kontakt und sorgen für Termintreue und Zuverlässigkeit. Schließlich steuern täglich mehr als 40 Grumbach-Servicefahrzeuge unsere Kunden an. Die ausgefeilte Disposition optimiert Einsätze. Davon profitieren unsere Auftraggeber. Abfallentsorgung ist ein komplexes Thema. Wir sorgen dafür, dass der ökologische Kreislauf nicht unterbrochen wird. Als Komplettentsorger beraten wir Sie gern, auch bevor Abfall anfällt. Profitieren Sie von unserer Erfahrung bei der Abfallvermeidung, Abfalltrennung und Abfallverwertung. Wir haben die Lösung ökologisch, sinnvoll und kostensparend, professionell und rechtssicher. Darauf können Sie sich verlassen, seit über 40 Jahren. Die Abfallvermeidung In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden erarbeiten wir individuell auf Ihren Betrieb zugeschnittene Konzepte. So kommen beispielsweise für die Organisation der innerbetrieblichen Abfallentsorgung Grumbach eigene Recyclingfachkräfte zum Einsatz. Sie sorgen vor Ort für den rationellen Ablauf Ihrer Abfallbeseitigung. Es spielt keine Rolle, wie groß Ihr Unternehmen ist. Unsere Experten erarbeiten gern für Sie individuelle und kostenoptimierte Komplettlösungen. Flexibel und bedarfsgerecht. Ob kommunal, Industrie, Gewerbe oder private Haushalte. Wir bieten Ihnen Komplettlösungen für alle Abfallbereiche. Schnell, effektiv, kompetent und praktisch. Bereits vor 40 Jahren starteten wir mit dem Papierrecycling. Stetig wachsende Mengen sowie hohe Anforderungen der Papierindustrie an die Sortenreinheit ihres wichtigsten Rohstoffes haben dazu geführt, dass wir selbst innovative Maschinen zur rationellen Altpapiersortierung entwickelt haben. Die von uns entwickelte und international vertriebene Paper Spike Anlage entfernt den Kartonagenanteil effizient aus dem Altpapier. Paper Spike ist weltweit patentiert. Musik Ob es sich um Rest, Bio oder Spätigkeit geht, kann man sich um Rest, Bio oder Spätigkeit beschäftigen. Wer Müll handelt, wir bringen und holen, sammeln und transportieren Tag um Tag, ohne Krach und Qualm, leise und schadstoffarm. Mit unserem Fuhrpark stellen wir eine zuverlässige Verbindung zu den Papierfabriken her und sichern so die Qualität. Die Qualifizierte Entsorgung erfolgt in unseren firmeneigenen genehmigten Sortieranlagen. So können wir unseren Kunden immer ausgereifte Komplettlösungen für die Abfallbeseitigung anbieten. Das Sammeln, Sortieren wie auch das fachgerechte Aufbereiten von Abfällen nahezu aller Art nimmt uns in die Pflicht und in die hohe Verantwortung, sorgfältig mit unseren Ressourcen umzugehen. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb bieten wir unseren Kunden Sicherheit. Unser Betriebsgelände mit rund 25.000 Quadratmetern ist gemäß Bundesemissionsschutzgesetz genehmigt. Abfallentsorgung ist ein komplexes Thema. Wir sorgen dafür, dass der ökologische Kreislauf nicht unterbrochen wird. Darauf können Sie sich verlassen. Seit über 40 Jahren. Sicher, erfolgreich und mit modernster Technik. Papier, Holz, Kunststoff, Styropor, Grünabfall, Bauschutt, Elektronikschrott, Gewerbeabfall. Service, Entsorgung, Transport. Grumbach Recycling. Eine gute Entscheidung.